Jetzt kommt der Knut. Ja, feine Maus. Ja, feine Maus. Nur gut, dass der Pfleger dabei ist bei den täglichen Shows. Berlin ist jeden Tag im Knutfieber. Ei, ei, ei. Wenn man an deine Backe gekommen ist, ja. Dann darf man nicht reinkommen. War vollkommen erschöpft, schon wieder. Ja, gut. Komm, wir legen uns in die Hilden. Nun schlafen wir ein Stündchen, ne? Jo. Schlafen wir ein Stündchen.